Musik Jetzt wusste ich, wie ich Müller erwischen konnte, mit einem guten Schuss vom Flak-Turm zu seinem Kommandoturm. Aber die Russen hatten sich genährt. Sie schnitten mich von meinem Aussichtspunkt ab. Ich musste die Frontlinie überqueren, an den angreifenden Roten vorbei und eine der am besten verteidigten Festungen in Berlin infiltrieren. Dafür trainiere ich. Nur ich, mein Gewehr und ein Ziel. Nur ich, mein Gewehr und ein Ziel. Vom Flak-Turm. Oh ja, das ist eine schöne Mission. Mehr oder minder. Ja, komm. War doch relativ sauer. Das hätte schlimmer laufen können. F1-Cranada. Na, na, ist keiner da. Gut. Ah, ist so von der Atmosphäre her sehr, sehr geil gemacht, das Spiel. Das muss man denen ja schon lassen, ne? Den Kollegen. Die Wehrmacht. Schützer. Schütze der Vaterlands. Ja, gut übersetzt. Meine Freunde. Lokalisierung ist nicht so eucheres, ne? Flak-Hoffe. Schütze dein Reich. Gegen die Mörder. Was? Mörder vom Himmel? The Mörser. Ach, egal. Ein Mörder vom Himmel. Stimmt. Okay, jetzt vorwärts. Unterdrückung. Feuer. Ha! Scheibe die Waffe aus. Es war nicht so schlecht. Genau, du. Keiner wusste, wie es geschah. Plötzlich war ich da. Macht euch locker. Kollegen. Kollegen. Die machen wir doch alle nur unseren Job. Sie müssen die Lüten! Schau bei Gott! Bring it to you! Schau bei Gott! So, so wird so viel dran am Arbeiten, ne? Komm, jetzt reicht's. Siehst du, mein Freund? Langsam ist präzise und präzise schnell. Verhinderlich ist. Und du versteck dich nicht hinter einem 20 cm breiten Stahlträger, wenn du selber viel breiter bist. Ist nur so ein Tipp für dein nächstes Leben. Solltest du Buddhist sein, müsstest du es vielleicht erleben. Alle anderen kommen in die Hörle. Tja, man hat's nicht leicht, wenn man christlich aufgewachsen ist. Die Hörle ist einem schon sicher eigentlich. Also, wenn schon in die Hörle, warum dann nur knapp? Wenn dann richtig. Ha, ha, ha! Ha, ha! Hm. So, schau mal, das reicht. Seht ihr mal, die Scheibe ist so stabil. Ich war jetzt der festen Meinung, dass man da durchschießen kann. Was, wie bitte? Ich meine? Na, eine Millisekunde zu langsam. Dafür war es in meinem Fall tödlich, mein Freund. Bla, 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 bla. Ihr blöden Russen. Wer hat meine Sprache verdammt? Ich meine es ernst. Wenn ihr was für mich wollt, lernt meine Sprache. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was passiert, der Russe. Nein. Ich will die Leiche durchsuchen. Sag. Schon besser. Mal gucken, ob wir hier unten alles sauber bekommen haben. Der sieht eigentlich ganz gut aus. So, das ist... So, auch das. So, komm, bitte. Jawohl, beide getroffen. Noch wer? Ja, genau. Lauf auf mich zu. Das, was man bei der Zeit jetzt machen sollte. Mann! Oh, komm. So. Können wir mal sehen, ne? So, so hat sich auch perfekt hingestellt. So, sauber die Haken geschnitten. Können wir weiter, hä? Irgendwo ist noch einer. Ein bisschen drüber. Und dann stimmt das. 100 Meter. Schlechter geschossen, aber auch schon besser. Wie gesagt. Für die ganzen Abziehbilder von Soldaten hat es gereicht. Kein Wunder, dass der schon den Krieg verloren hat bei euch. So, aufmunitionieren. Sieht ganz gut aus. Mann, tu, nicht so pfeifen wie ein altes Walross. Rentner oder wat? Ach, hier war das. Ich erinnere mich. So, einmal hier. Und einmal hier. Und einmal hier. Ja. Das Gebiet ist sicher. Das Gebiet ist sicher. Noch eine. Und noch einer. Noch wieder. Aber, hallo, da ist ja noch eine. Ohoho, grad mal wer getroffen hat und wer nicht. Okay, sag mal, wie kommt denn der da rein? Ach, hier ist schon einer durch. Die Schlüsselverfalle. Ja gut, das erklärt natürlich einiges, ne? Hahaha. Gut, da hat sich wenigstens die eine gelohnt. Haben wir noch einigermaßen aufgeräumt hier. Mhm. You don't care. So weit. Gucken wir mal, was haben wir denn alles? Also ich weiß, dass wir später bei diesem Platz hier flüchten müssen. Da bietet es jetzt schon mal an. Ein wenig uns hier, na sag ich mal, gütlich zu tun. Zum Beispiel hier. Und noch was? Und noch was? Eine Lampenina, aber noch. Die legen wir hier hin. Keine Ahnung, was das soll, dass sie hier liegt, aber egal.